moin moin und willkommen zurück hier von kanal zu einer weiteren folge psychonaut 2 so wir haben eigentlich alles erledigt wir sehen können sind ja auch alle gerade noch in gedanken drinnen bei lucy und dann ist der papa aufgetaucht von der klein hier und wir wissen gerade nicht was wir machen sollen denn die hat uns da verraten und jetzt geht es darum den verräter zu finden einige wussten schon wer der verräter ist jetzt bin ich gespannt ob er der verräter denn doch ist oder wir müssen mal schauen ich müssen in sein verstand rein oder wir holen sascha miller zu hilfe wir gehen einfach in sein verstand rein wir nehmen sie mit okay aber den kopf vom papa ich bin ja mal gespannt was da drin abgeht okay lassen wir rum gucken okay wir haben genug punkte brauchen wir jetzt aber noch nicht gucken gucken mal hier ja oder es ist den haben sie schon irgendwie eingenommen die lucia die schon eingenommen irgendwie oder irgendjemand hat ihn eingenommen müssen herausfinden wer da kann ich rein springen ich kann mir nicht okay wir müssen uns wahrscheinlich alles angucken also irgendjemand spielt ihn wahrscheinlich ist er das gar nicht wir können das hier bestimmt auch machen ich kann auch noch kaputt machen ist da eine bärne drin was ist das das ist doch der das ist der kopf von dem nick drin was für eine wendung hey you kids get off that carpet vip's only if it's not your dad's mind whose mind is it nix 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 Was ist ein Tsarovich? Der Missing Heir zu der Throne von Grulovia. Er lebte in Exile mit seiner Familie, nachdem Melivia zerstörte die Kapitel. Warum ist sein Gehirn in deinem Vater? Und wo ist mein Vater's real Gehirn? Komm schon, lass ihn ihn sprechen. Komm schon, er wird weg! Official Business! Nun, ich... Du musst so groß sein. Oh, komm schon! Das ist eine Erklärung! Es ist für deine eigene Sicherheit. Komm schon, wenn du älter bist. Okay. Ist die Frage, wie wir da reinkommen. Wir müssen ja machen können. Krieg ich die Linger da oben holen? Wollen wir hochjumpen? Ah, es geht so runter. Okay, warte mal. Nein! Zack! Oh! Ah, ist doch blöd. Hm. Kann man hier rein? Hier kann man schon rein, wenn man die Kerzen anmacht. Wie kriegen wir die Kerzen an? Ach, warte! Wie kriegen wir die Kerzen an? Das ist eine dumme Frage. Das ist ein Feuer. Also irgendwie hakt der Ton mal. Ich mach mal ganz kurz aus und wieder an. So, da sind wir wieder. Ich hab den, das nackt ja mal zwischendurch. Wollte wissen, warum das so war. Ähm, aber ich mach jetzt mal dieses, ähm, Dings an. Hier. Was? Das wär jetzt... Ne, da hätte ich jetzt gedacht, dass man die damit anmachen kann. Damit auch nicht, okay. Wäre für mich jetzt normal gewesen. Hier vielleicht? Auch nicht. Okay. Müssen wir überlegen, was wir hier machen können. Kann ich da hochgehen? Komm ich da irgendwo dahin vielleicht? Versuchen wir mal. Ne, das geht nicht. Also, wir können nicht einfach... Was ist denn mit dem Stern da? Wie können wir den Stern da wegschießen? Müssen wir aber aufeinander steigen. Ja. Ja. Oder warte mal. Vielleicht kann man doch einfach das Schild da runterziehen, den Pfeil. Geht das ja? Man kann einfach das Bein abhauen. Okay, probieren wir es nochmal. Okay, wir sind älter. Check uns jetzt. Oh Mann, wie lange habe ich diesen Job gehabt? Okay, da kann man auch lange dran sitzen. Bis man rausfällt, dass man das Bein abhauen kann, oder? Ganz im Ernst. Das kann wirklich, also... Entschuldigung, Grilovians nur. Was? Du kannst nicht... Es ist okay, Raz. Geh! Aber, will wir? Nichts, ich habe einen Plan. Ab hinein. Oh, jetzt ein kleines Karussell. Hey! Geh den Zaren! Ah, guck mal. Ich kann mich umgucken. Reise den Zaren. Theodor ist klasse. Heim, grüßte. Ach, heim, grüßte. Heim, grüßte. Heim, grüßte. Okay, er lässt sich ein bisschen feiern. Behold, the glory of Grulovia. Never had a nation been more prosperous, its people more contented. Never was a royal family more beloved than the Maliks, Tsar Theodore, Tsarina Rogel, and the young Zezar of Gristol. The nation looked forward to the half day when Gristol Malik would legally and rightfully inherit his father's throne. But alas, that was not meant to be. The Tsar's Minister of War and Protector of the people, General Malikula, had aroused the jealousy of the war-mongering Ford Cruller. What the hell? He led his mob of psychonauts to gang up on Malikula, drowning the brave warrior. Just when I thought I'd heard every version of this story, and drowning much of Grulovia in the process. Why didn't the Tsar help Malikula in her time of need? No one knows, but historians agree, it is Tsar Theodore's biggest failure. In the end, Grulovia, the Maliks, and Malikula were betrayed by the weakness of the Tsar, and the bloodlust of the Psychonauts. That's a mess of junk. Ahem, ahem. Man, man, man. Ein bisschen Größenwahn hat er wirklich, der gute Mann. Hey, Raz. Ich gucke dich auf dem Kontrollplan hier. Warum stopptest du? Diese Tür wird nicht öffnen. Was ist mit dem Reitoperator passiert? Er, äh, hatte einen Fehler. Ich muss, glaube ich, drüber gehen. Hm, looks like there's an electrical problem up above the ride. Okay, I'll drain the water, so you can get up there. If you can fix it, I should be able to get the ride going again from here. Check! Okay. Tisten wir mal. Hui! Soll ich was einsammeln hier? Ne, wir gehen direkt hoch, ne? Warum kommen wir nicht einfach so? Direkt hoch kommen wir eigentlich gar nicht. Wir müssen erstmal irgendwo längs. Naja, ein bisschen einsam ist vielleicht nicht schlecht, denn wir brauchen ja vielleicht nochmal ein paar Leben oder so. Ah, guck mal, die Gehirnhälfte. Guck mal, die wir gesammelt haben. Oh, das Wasser, da kommt man nicht hoch. Okay, da geht's doch runter. Habe ich nicht gesehen. Hm. Hm. Wollen wir schon hier längs kommen, oder? Also kommen wir nicht einfach direkt hoch, dann müssen wir einen anderen Weg finden, glaube ich. Hier. Hup! 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 breaking. Hup! Das Lied geht ins Ohr! Aber nicht im positiven Sinne! Hup! Das ist nicht, wie ich diese Geschichte habe. Dann noch mal weiß ich mich noch davon, zu gewissen. Hey Ford, denkst du, du kannst mich in die Raftern helfen? Hm. So. Das gehen wir uns auch noch schnell. Ja, diese Musik ey. Okay. Okay, ich war alle einsammeln. Leben haben wir genug, aber sind wir hier richtig? Da ist die Elektrizität da unten. Okay. Was wir da genau machen sollen, weiß ich noch nicht. Was sehen wir denn? Okay, wir müssen wieder runter. Wo war das Fahrzeug da? Okay. Warte mal. Hier war irgendwas mit Gelb gerade eben. Okay, das war der falsche. Oh. 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 Oh man. Oh. Oh man. Oh. 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 Hier war einfach rein. Okay. Ich muss auf jeden Fall ein Leben holen gleich. Ah. Hüpft doch. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wenn die ein Tor kommt? Oh, jetzt ist nicht so die Hälfte. Ach Mist, das hat die Hälfte. Warte. Oh. 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 So, komm schon. Klar auch recht. Oh. Ah. Oh. 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 ... und ihre Psycho-Spiele müssen sie verabschieden. Crystal Malick hat dann und da entschieden, sie zu finden, um ihre Fehler zu verabschiedern, und um die Malick zu verabschiedern, die Malick, und alle von Grillovia in die Macht zu können. Hey! Du bist wieder verabschiedet? Ist etwas falsch funktioniert auf deine Seite? Oh Mann, was du noch was aber hier? Und für die Glorie von Grillovia? Oder was auch. Was ist die Beobachtung? Warte, ich muss mit einem Mann über eine Tür sprechen. Entschuldigung, aber diese Tür hier... Entschuldigung. Busch. Busch mit was? Propagandaneering. Ich schreibe ein weiteres Kapitel in dieser glücklich, semi-interaktivischen Gebäude. Diese Treasurerin erzähle die Geschichte, wie, als die Zezarevich findet Malickula und die Grillovia verabschiedern, zu ihrer formeren Glückwunsch. Die Menschen werden alle in unimaginable richesen. Aber es fehlt etwas. Ich bin nicht sicher, was. Wie, etwas, um in die große Ecke in der Mitte? Ja, etwas da. Wie, vielleicht ein Ecke? Das ist es. Siehst du? Manchmal braucht man nur ein freshes Set der Ecke. Hey, du bekommst mir einen großen, schönen, luxurischen Ecke und ich benutze meinen Pass, um diese Tür für dich zu öffnen. Wow, das ist ja nett von ihm. Hey, woher sie die großen Ecke in der Mitte? Crystal sagte mir, die besten Ecke, die er in den Ozean gefunden hat, waren raus im Meer. Whatever das bedeutet. Wir können trotzdem mal reingucken. Aber das Ei wird hier nicht drin sein. Also, wir müssen auf jeden Fall den Ozean dahin machen. Komm mal hier, die sammeln da rein. So. Lilly, siehst du keine Kontrollen für eine großartige, schilderte Mural mit Propfen? Ich sehe etwas, das heißt Glovian Diasporama. Lass uns die Kulisse ändern. Lass uns die Kulisse ändern. Okay. Es gibt Kulisse für arktische Exile, ein Drift auf dem See und desertes Wasteland. Kannst du mal auf hoher See sein? Show mir ein Drift auf dem See. Könntest du? Ich dachte nur, die gleiche Sache. Okay, jetzt müssen wir noch mal die Requisiten ändern. Sonst kommen wir da oben ja nicht rein, ne? Die Kulisse. Nein, Fretsch. Nein, so blöd. Ich denke, ich will die Requisiten ändern. Okay, wir wollen die Requisiten ändern. Können wir alles ändern? Ja. Du brauchst Pakti? Fische? Vielleicht ein paar Tren? Ja, Fische natürlich. Ich glaube, es fehlen noch ein paar Fische. Ich denke, was das braucht, ist ein paar Fische. Okay. Die Bäume ruinieren alles. Mach's dir gleich. Die Bäume ruinieren alles. Mach's dir gleich. Die Bäume ruinieren alles. Mach's dir gleich. Was ist das all about? Hm. Komm mal weg mit den Fischen. Hm. Nix die Fische. Das Problem ist, wir kommen aus uns nicht rein. Dann packen wir aber die Kakti hin. Ich denke so. Ein Kakti würde wirklich die Mood. Interessante Wahl. Guck mal, man kann hinten draufkledern. Okay. Ich glaube, ich will noch was ändern. Ähm, könntest du die Familie für mich verschieben? Natürlich. Wo willst du sie? Stage links, rechts oder in der Mitte? Ich glaube, ich finde, sie sollte... Ich glaube, in der Mitte. Ich denke, das ist, was Crystal would like his family. Interessant. Okay. Ich will nicht mehr über diese Familie denken. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Okay, das ist genug für jetzt. Okay, das ist genug für jetzt. Okay. Okay, wenn sie gleich ändern muss. Wir müssen mal gucken, ob wir da hochkommen schon. Ich glaub zwar noch nicht. Hier ganz da rein kommen wir nicht. Das heißt, hier muss noch irgendwas hin. Okay. Machen wir mal nach. Lilly, kannst du das Projektor-Screen wieder ändern? Ich habe. So, wir springen das Ganze mal. Ich will ein paar Requisiten haben. Können wir alle die Projekte ändern? Ja. Du brauchst Takti? Ich glaube, da kann man jetzt raufspringen, oder? Wollen wir da ganz hoch? Ich weiß nicht, es sieht so aus. Können wir oben auf dem Fisch raufspringen? Wir probieren es mal. Ich will etwas ändern. Okay, das ist genug für jetzt. So, wir probieren jetzt nochmal. So, wir probieren jetzt nochmal. Ich weiß nicht, wie wir da ganz hoch kommen. Wir probieren jetzt aber trotzdem mal. Na, guck mal. Das passt doch. Hey. So, jetzt müssen wir das Ei finden. Ich weiß nicht, wer ich bin. Das ist die Lady Luctopus. Die Maliks mussten in dem Casino für ein paar Mal. Die Schmerzen in Exile. Da kommen wir nicht durch? Okay. Ne Ausrum gehen. Okay, das ist hier das Casino. Hier müssen wir das Ei finden irgendwo. Lillie. 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 Da gibt es einen Raum hier, wie das wir gefunden haben, auf der Mission in der Casino. Der Delusionist war Crystal. Also, das ist das, Nick hat eine Leuchtopus-Key in seinem Pocken. Er war da. Ja. In Exile. Oh. Das bedeutet, er ist derjenige, der schriebene Note über mich. Er ist hier. Crystal. Wirklich? Warte einen Moment. Hm. Hey. Warum machen sie denn so ein langes Gesicht? Mein Vater hat heute sterb. Oh. Ich bin sorry. Keine Ahnung. Er hat mein Leben verloren. Und wenn es für ihn nicht gewesen wäre, wäre ich der Czar von Grulovia. Ja. Believe es oder nicht. Insofern, ich bin kein Haus. Ich weiß nicht. Dieses Ort sieht ziemlich gut aus. Ha. Ein guter. Hey, Kind. Es gibt... ... etwas über dich, ich mag. Du bist, bei einer Chance, von Grulovian Blut? Ich bin. Ich wusste es. Komm, und lass uns in der Vaterlande toast. Hm. Kaviar? Depends. Was genau ist Kaviar? Es sind nur Ecken. Die größte Ecken, die Geld zu kaufen. Na, seit du es so gesagt hast... Du wirst es nicht vergleichen. Ich meine, schau dich an diese Ecken. Schau dich an. Okay, Kaviar. Wir haben nur Ecken. Ha, ha, ha. Ich glaube nicht, Ecken wird den Trick machen. Wir sehen. Guck mal. So ein Teil brauchen wir. Okay. Los geht's. Bring doch das Ei dahin. Oh, das ist wirklich ein Ei. Boah. 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 Es wird immer schmaler hier. Na, komm. Die Ecke noch hier. Oh, komm. Die Ecke noch hier. Oh. Oh. Oh Gott. Oh. 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 Dann war ich schon schnell vielleicht. Oh. So. Hier drüben sind wir. Okay. Kleiner Balanceakt hier. Gehen wir hin. Also das Spiel ist wirklich... wirklich gut gemacht. Da sind so viele unterschiedliche Sachen, die man machen muss. Das finde ich schon ziemlich genial. Oh. Da wollte ich wieder zu viel auf einmal. Muss man nicht mal... Muss ich ein bisschen begnügen mit den Sachen. Ja. Jetzt wird's eng, glaube ich. Warte mal kurz. Muss noch mal kurz warten. Gut. Und los geht's. Oh, 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 oh. Oh, okay. das beste der welt spitze so könnte ich weiter aber das macht beim nächsten mal wir gehen trotzdem kurz zum wagen hin ich danke euch sehr fürs zuschauen und hoffe ihr seid beim nächsten mal dabei bis dahin so lange tschüss